Weder Mensch noch Ork, noch Zwerg oder Tiermensch soll Athel Loren betreten. Wenn ein Feind auch nur einen Schritt auf unsere heilige Erde geht, sollen sie nie wieder einen weiteren setzen. Die Geschichte der Waldelfen ist in ihren Ursprüngen untrennbar mit ihren Brüdern den Azur und ihrem Wald Athel Loren verwoben. Die Geschichte der Hochelfen habe ich bereits in mehreren Videos erläutert und soll daher hier wenig Platz finden. Aber Athel Loren, der große magische Wald, den die Azrai, wie sie sich nennen, heute bewohnen, ist wahrscheinlich ebenso wichtig. Der Wald wurde vor Äonen von den mysteriösen Alten erschaffen und ist einzigartig in der Welt von Warhammer. Seine Bäume sind lebendig und besitzen ein eigenes Bewusstsein. An vielen Stellen in seinen gewaltigen Tiefen haben Bereiche des Waldes eigene Jahreszeiten oder gar starke Verbindungen zum Warhammer. Beschützt wird der Wald von seinen eigenen magischen Kämpfern. Baummenschen und Triaden wandern die Wälder und sind eine große Gefahr für jeden, der Athel Loren zu Schaden gedenkt. Im Herzen Athel Loren steht die große Eiche der Zeitalter, ein gewaltiger Weltenbaum, dessen Wurzel der Zwerge weit über die Grenzen des Waldes hinausreicht und mit dessen Hilfe die Waldgeister weite Strecken zurücklegen können. So trafen die Wurzeln und die Geister bald auf die Insel Ulthuan und den Wald von Avalorn. Die Bewohner Athel Loren bewunderten die Schönheit von Avalorn und knüpften Kontakte zu den Hochelfen. Besonders die Immerkönigin Astariel, die Hüterin des Waldes und der oberste Baummensch Dothu Eichenherz verbrachten viel Zeit mit dem Austausch von Geheimnissen und unter Dothus Führung lernten die Azur ihren Wald noch viel schöner und lebendiger wachsen zu lassen. sowie Holz von den Bäumen zu erhalten, ohne sie verletzen zu müssen. Dothu sah in Avalorn die Gelegenheit, die Bäume ebenso zum Leben erwecken zu können, wie die Bäume Athel Lorens. Allerdings gelang es ihm nicht, da die friedlichen Beziehungen zwischen Elfen und Waldgeistern von dem ersten Chaossturm unterbrochen werden sollten. Zwar wurde Athel Loren von den dämonischen Horden erstmal weitestgehend verschont, da die Dämonen spürten, dass die Waldgeister vertraute Wesen und ebenfalls Geschöpfe des Warp waren, aber Ulthuan am anderen Ende stand am Rand des Untergangs und mit Ulthuan ebenfalls der Wald Avalorn. So entschlossen sich Dothu und viele der Geister, nicht zur Sicherheit Athel Lorenz zu fliehen, sondern an der Seite der Elfen zu kämpfen und Avalorn zu beschützen. Viele Elfen und Geister fielen bei den unzähligen Gefechten und die Dämonen rückten immer weiter vor. Avalorn stand in Flammen. So kam Astariel mit einer letzten verzweifelten Bitte zu Durthu. Sie flehte ihn unter Tränen an, ihre Kinder Moralian und Ivrain nach Athel Loren in Sicherheit zu bringen und vor den Dämonen zu schützen. Durthu hielt inne. Ihm war bewusst, dass es Außenstehenden verboten war, den Wald zu betreten und die Anwesenheit der Kinder würde von Athel Loren nicht wohlwollend gesehen werden. Er hatte aber ebenfalls gesehen, mit wie viel Liebe und Freundschaft die Elfen ihren Wald und seine Brüder behandelten und vor allem, wie viel Weisheit der Austausch beiden Rassen verliehen hatte. Durthu gab der Bitte zögerlich nach, sprach aber eine bittere Prophezeiung aus. Der Wald könne ihre Kinder beschützen, doch als Gegenleistung würde er eines Tages viele Elfenleben fordern, um sich selbst zu schützen. Astariel schwieg, doch sie hatte keine Wahl. N'Kari, einer der größten Dämonen von Slaanesh nahte. Und so küsste sie ihre Kinder ein letztes Mal und schritt ihrem Schicksal entgegen. Einem Schicksal schlimmer als der Tod. So kehrte Durthu zurück nach Athel Loren, doch er erkannte seine Heimat kaum wieder. Während den jüngsten Angriffen hatten die Dämonen nun auch Athel Loren attackiert und den Wald um einen Großteil seiner Größe und Pracht gebracht. Durthu befürchtete auch hier eine hoffnungslose Situation, doch stattdessen fand er, dass der Wald standhielt. Doch für das Überleben musste ein bitterer Preis bezahlt werden. Die einst friedlichen Geister des Waldes waren von den Konflikten kalt und aggressiv geworden. Grausamkeit und Blutlust liefen durch die Wurzeln Athel Loren's wie ein Virus und doch hielt der Wald gerade deswegen stand. Athel Loren bekämpfte die Dämonen mit ihren eigenen Waffen. Gleiches wurde mit Gleichem vergolten. Die Anwesenheit der Kinder wurde von den anderen Ältesten des Waldes jedoch nicht gut geheißen. Als Durthu ihnen von seinen Taten berichtete, forderten sie den Tod der Eindringlinge. Und nur viel Überzeugungsarbeit Durthus führte schließlich dazu, dass den Kindern bloß ihre Erinnerungen an den Wald genommen wurden. Was den Kindern letztlich das Leben rettete, war Durthus Handel mit Astariel. Denn auch die anderen Ältesten spürten, dass der Wald, sollten seine Veränderungen von Bestand sein, schon bald zu einem Feind werden könnte und den Dämonen ähnelt. Und so sahen sie das Versprechen der Elfen als einen Schimmer der Hoffnung. Nachdem die Chaos-Invasion durch den großen Vortex beendet wurde, erfüllte Durthu sein Versprechen und brachte die beiden Kinder zurück nach Ulthoran, wo Yvrain die Nachfolge ihrer Mutter antrat und Moralion ein großer Krieger und ihr treuster Leibwächter wurde. Beide hatten keine Erinnerung an Arthel Loren, bloß an den großen Durthu und seine Prophezeiungen. Eichenherz wollte zwar bleiben und Avelorn wieder aufbauen, doch er wusste, dass sein Wald ihn dringender brauchte. Und über die nächsten paar Jahrhunderte brach die Verbindung zwischen Arthel Loren und Avelorn langsam ab. Die Weltwurzeln zogen sich zurück und die Elfen vergaßen die Lehren der Waldgeister. Durthu und die Ältesten vergaßen allerdings nicht und warteten geduldig auf die Erfüllung der Schuld, die ihnen zustand. In den nächsten Jahrhunderten erlebten die Azur eine Hochzeit und siedelten überall an der Küste der Alten Welt. Einige von ihnen, speziell eine Gruppe aus Avelorn, fand den großen Wald und wurde von seiner Größe und der ihnen in eine wohnende Magie gebannt. Sie siedelten sich in den äußeren Gebieten an und dachten nicht einmal daran, woanders hinzugehen. Irgendetwas in ihrem Blut verlangte nach dem Wald und sie spürten eine seltsame Verbundenheit zu ihm. Diese Siedler stellten auch die großen Wegsteine an den Waldrändern auf, um die wilden Geister und ungezähmten Magien des Waldes zu binden und zu kontrollieren. Es zwar wurden noch immer Siedler verloren, die zu tief in den Wald wanderten, doch schienen sich die Energien durch die Steine zu beruhigen. Die Azur machten sich den Wald zur Heimat und nannten ihn Arthel Loren, das übersetzt so viel bedeutete wie Der Wald der aufgehenden Welt. So lebten und vergrößerten sich die elfischen Kolonien in der alten Welt, bis Malekith schließlich den Krieg des Bartes inszenierte. Plötzlich fanden sich die Kolonien in einem Kampf auf Leben und Tod gegen ihre alten Verbündeten wieder und sie wurden in den Krieg gerufen. Die Elfen von Arthel Loren jedoch antworteten den Ruf zu den Waffen nicht, da sie nicht bereit waren, ihren Wald zu verlassen. Der Krieg verlief jedoch nicht gut für die Hochelfen und schon bald wurde ein Generalrückzug zur Insel Uthuan befohlen. Doch auch hier weigerten sich die Elfen Arthel Lorenz wieder, was für großen Unmut und Uthuan sorgte und schließlich dazu führte, dass die Elfen Arthel Lorenz ihre Unabhängigkeit erklärten oder ausgestoßen wurden, je nachdem wie man fragt. Zwar waren die Arthel Loren-Elfen nun eigenständig, doch das bedeutete auch, dass sie sich dem Zorn der Zwerge alleine gegenüber sahen. Denn den Bärtigen war es gleichgültig. Ob diese speziellen Siedler nun Truppen stellten oder nicht, es waren Hochelfen, also mussten sie sterben. Die Zwerge begannen ihren Feldzug in den frühen Tagen des Winters, eine denkbar schlechte Zeit für Arthel Loren, da die Jahreszeiten sich direkt auf die Magie und die Waldgeister auswirken. Und im Winter schläft der Wald und wird anfällig. Durthu, der einzige der Ältesten, der noch nicht in seinen Winterschlaf verfallen war, führte die Waldgeister in den Kampf gegen die Darvi, hatte aber in seinem geschwächten Zustand keine Chance gegen die Äxte der Zwerge und wurde an die Türen des Todes gebracht. Durthu Eichenherz begriff allmählich, dass sich der Wald nicht alleine gegen die Zwerge behaupten könne und öffnete Wege durch das Dickicht zu den Elfen, durch die sie ihnen zu Hilfe eilen konnten. Während diesen Kämpfen forchten die Elfen in Harmonie mit dem Wald. Die Bäume versteckten ihre Kämpfer und ließen die Truppen der Zwerge im Kreis laufen, bis sie erschöpft waren und leichte Beute wurden. Nicht bereit, mehr Leben in dem Kampf auf feindlichem Territorium zu verschwenden, wandten sich die Zwerge schließlich ab und konzentrierten sich auf die restlichen Elfen, die sich langsam evakuierten. Die Elfen beschlossen, im Herzen des Waldes zu bleiben, da sie die Rache der Zwerge fürchteten, und der Wald wehrte sich nicht, auch wenn die Ältesten hitzig über den Umgang mit ihnen diskutierten und stets überlegten, sie zu vertreiben. Sogar der einst gütige und hilfsbereite Dothu war gebrochen, gezeichnet von den Kämpfen gegen die Zwerge und getrieben von Selbstzweifel über seine Schuld an der Situation, wurde sein eicherndes Herz kalt und bitter. Nach langen Debatten beschlossen die Ältesten, die Elfen zu tolerieren, auch wenn sie sich bemühten, sich ihnen gegenüber nicht offen zu zeigen. Während diese Debatten stattfanden, war es Arielle, die Anführerin der Elfen und mächtige Magierin, die erstmals mit dem Wald selbst kommunizierte. Die Elfen begannen nun langsam, den Wald im Ganzen zu begreifen und schworen, ihm respektvoll zu dienen und ihn zu ehren. Sie lernten die Kunst des Baumsingens, jene Magie, die Dothu ihrem Volk vor langer Zeit beibrachte, erneut, und nahmen niemals von dem Wald, ohne etwas zurückzugeben. Feuerholz wurde nur von toten Zweigen genommen, Häuser und Werkzeuge wurden mit magischen Melodien aus dem Kern der Bäume selbst herausgesungen, sodass sie die Formen freiwillig preisgaben. Im Winter sollten sie den schlafenden Wald beschützen und im Frühling seine Setzlinge heranziehen. Nun waren sie endgültig keine Azur mehr, sondern die Azrei, Hüter und Bewohner Atel Lorenz. Die Zwerge jedoch sind nicht fürs Aufgeben bekannt und schon bald sammelten sie eine große Armee aus vielen Karaks zusammen, um dem verfluchten Wald und dessen noch verfluchteren Elfen ein Ende zu setzen und den Groll gegen sie zu tilgen. Durch Wahrsagungen und Rituale lernten die Elfen von dieser Bedrohung und so sammelten sich die Lords der Azrei auf dem Hain vor dem Baum der Zeitalter, um zu besprechen, wie sie vorgehen sollten. Auch Arielle war dort, die weiseste und schönste Frau der Waldelfen, denn sie war es, die die Zwiesprache mit dem Wald selbst gehalten hatte. Doch an diesem Abend konnte sie sich nicht recht konzentrieren, da ihr Blick gefangen wurde von Orion, dem stattlichsten und mutigsten aller Waldelfen. Kaum dass sich ihre Augen begegneten, verschwanden sie unbemerkt von der Versammlung und waren nicht mehr aufzufinden. Die Gefahr jedoch bestand weiterhin und die Elfen wussten sich nur schwer zu helfen. Da zeigte sich jedoch Adan Hu, einer der Ältesten, zum ersten Mal offen ihnen gegenüber und versprach den Azrei die Hilfe der Waldgeister unter der Bedingung, dass sie den Zwergen vor dem Winter entgegenmarschierten. Denn die Zwerge waren nicht die einzige Bedrohung. Ein großer Wa der Grünhäute nahte ebenfalls und nur wenn sie schnell zuschlugen, konnten sie auch nur darauf hoffen, vor der Schwäche des Winters zu gewinnen. Adan Hu prophezeite zwar, dass ein großes Opfer nötig sein würde, um den Wald zu retten, doch die Elfen und Waldgeister hatten keine Wahl und gemeinsam unter der Führung des rasenden Durthu, der fest entschlossen war, sich für seine Narben und Qualen an den Bärtigen zu rächen, zog Arthur Lauren in den Krieg. Die Zwerge waren standhaft, doch gegen die geballte Macht der Waldgeister und der Elfen konnten sie auf deren eigenem heiligen Boden nichts ausrichten. So erlitten die da wie einen weiteren schweren Schlag und die Waldelfen verdienten sich einen weiteren Eintrag im großen Buch des Krolls. Der Krieg dauerte jedoch zu lange. Die Zwerge waren zu stur und der Sieg kam zu spät. Denn mit dem ersten Fall des Schnees erklangen die furchtbaren Kriegshörner am Horizont und die kalte Luft wurde von einem einzigen Wort erfüllt. Der Angriff der Orks hätte nicht zu einer schlechteren Zeit passieren können. Im Winter ist Arthur Lauren verwundbar. Die Macht des Magischen Walds und seiner Verteidiger ist stark an die Jahreszeiten gebunden. Im Sommer ist sie an ihrem Höhepunkt. Die Waldgeister und magischen Abwehrsysteme sind mächtig und kein Besucher oder Invasor hat wirklich eine Chance ernste Fortschritte zu erzielen. Doch im Winter schläft der Wald. Die Bäume verlieren ihre Blätter und mit den Blättern geht auch die Magie dahin. Genau deswegen braucht der Wald die Azrei. Arthur Lauren und die Waldelfen leben in einer symbiotischen Beziehung zueinander. Der Wald bietet den Elfen Lebensraum und eine sichere Machtbasis ungestört von den Blicken der Welt. Und im Gegenzug verteidigen die Waldelfen ihre Heimat mit Bogen und Speer. Doch der kommende Winter war anders. Er war kälter und harscher als jeder Winter, den die Welt bisher erlebt hat. Und der Wald litt stark unter ihm. Dies war der Winter des Kummers. Und die Waldelfen wappneten sich zum Krieg. Doch niemand hätte die Azrei auf das, was kommt, vorbereiten können. Ein ausgewachsener War der Orks stürmte in ihren Wald, hackte und brannte eine blutige Schneise durch ihre Heimat und fällte jahrtausende alte Bäume für ihre riesigen Feuern in den Lagern. Die Waldelfen kämpften, wie sie es gewohnt waren, in Überfällen und von den Baumwipfeln aus. Doch die blattlosen Bäume boten kaum Schutz. Und in der Eiseskälte dieses ungewöhnlichen, harschen Winters konnten sie nicht lange im Hinterhalt liegen, ohne zu erfrieren, da ein Lagerfeuer ihre Position verraten hätte. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als einen konventionellen Verteidigungskrieg gegen die Orks zu führen. Sie befestigten die Heine des Waldes und versuchten die Orks mit clever positionierten Bogenschützen auszudünnen, während ihre Infanterie die Front hielt. Aber das war nicht die Art der Asrei. Eine frontale Konfrontation mit einem zahlenmäßig weit überlegenen Feind wie den Orks war keine Strategie, mit der sie den Sieg einfachen konnten. Die Grünen Häute überrannten die Stellungen der Elfen, umzingelten sie oder rannten einfach so lange gegen ihre Schilde und Speere, bis die Verteidiger vor Erschöpfung zusammenbrachen. Der Wald, ihre größte Stärke, war in diesem Winter zu ihrer größten Schwäche geworden. Denn aufgrund ihrer Lebensweise hatten die Waldelfen keine Festungen oder Mauern, nicht einmal Häuser oder Straßen. Das bedeutet, ohne die aktive Unterstützung der magischen Kräfte Athel Lawrence, hatten die Asrei keine Engpässe oder Defensivpositionen, von denen aus sie ihre überlegene Bogenkunst wirklich einsetzen konnten. Trotz allem waren sie entschlossen, ihre Heimat zu verteidigen und auch wenn es ein aussichtloser Kampf war, stellten sie sich den Orks Schlacht um Schlacht und auch wenn sie jeden Meter teuer verkauften und sich besser schlugen, als jemals erwartet wurde, konnten die Waldelfen nichts tun, außer sich langsam weiter in den Wald zurückzuziehen und ihrem Ende mit Stolz entgegenzublicken. Schlussendlich standen die klicklichen Überreste der einst stolzen Elfen auf den Wurzeln der großen Welteneiche und wappneten sich für die letzte Schlacht und den Untergang ihres Volkes. Sie hörten die Orks schon von weitem kommen. Mit jeder verstrichenen Sekunde wurden die kehligen Schreie der Barbaren lauter. Die Asrei standen in fatalistischer Stille und perfekter Disziplin, Schild an Schild mit leeren Blicken und ohne Hoffnung. Als die ersten Orks durch das Dickicht brachen, wurden sie von einem koordinierten Hagel aus Pfeilen begrüßt. Grünhaut um Grünhaut brach mit einem hölzernen Schaft zwischen den Augen steckend zusammen. Doch sie waren einfach zu viele. Schließlich erreichten die Orksi-Frontlinie der Asrei. In perfekter Synchronität stachen ihre Speere zu und töteten das erste Dutzend, das es soweit geschafft hatte. Doch da war keine Emotion in ihren Hieben. Sie kämpften wie seelenlose Hüllen. Sie waren gebrochen und kämpften nicht um zu siegen, sondern einfach weil sie nicht wussten, was sie sonst tun sollten. Der Stahl der Asrei richtete ebenso viele Feinde wie ihre Pfeile. Doch schon bald fanden die ersten orkischen Äxte ihre Ziele und die sowieso schon ausgedrückte Frontlinie begann langsam zu brechen, als die Orks plötzlich innehielten. Geblendet vom ersten Licht des Frühlings stolperten die Grünhäute benommen zurück, als ein tiefes Jagdhorn den Wald zum Beben brachte. Ein Rudel schattenhafter Wölfe brach aus dem Wald hervor, als die letzten Noten über den Hain hallten und sie zerfleischten die Orks im Dutzend. Ein zweiter Klang des Horns und Körners, Gott der Jagd selbst, brach zwischen den Bäumen hervor. Mit seinem mächtigen Jagdspeer spießte er mehrere Orks gleichzeitig auf, nur um seine Waffe zurückzurufen und einen perfekten weiteren Wurf in die grünen Horden zu entfesseln. Die Asrei wirkten wie ausgetauscht. Ihre vorher so toten Augen glänzten im Licht des Frühlings beim Anblick ihrer Gottheit mit der Wildheit, die den Schattenhunden Konkurrenz machte. Sie stürzten sich erneut in die Schlacht. Die Orks wussten kaum wie ihnen geschah und verloren in dem Chaos der ersten paar Minuten rapide an Boden, bis sie schließlich vor dem fleischgewordenen Gott flohen und von dem erwachenden Wald vernichtet wurden. Als die Elfen nach gewonnener Schlacht ob der Müdigkeit auf die Knie fielen, war ihr Gott nirgends mehr zu sehen. Seiner Stadt waren zwei Gestalten in dem mächtigen Stamm der Eiche zu sehen. Orion, der Avatar des Körners, und Ariel, die Verkörperung Ischars. Die überlebenden Asrei beriefen einen Rat ein und erklärten die beiden bedingungslos zu ihren ewigen Herrschern. Die nächsten Jahrhunderte waren vergleichsweise friedlich in Atheloren und die Asrei verwendeten die Zeit, um sich von den Verlusten des Winters der Trauer zu erholen und ihre Zahlen und ihren Wald wiederherzustellen. Doch wer die Ebben und Fluten der alten Welt kennt, weiß, dass Frieden niemals von Dauer ist und Atheloren war dort keine Ausnahme. Im Jahr 1094 vor dem imperialen Kalender wurde die Königin Ariel von Unbehagen geplagt. Sie spürte, dass sich etwas in ihrem Wald regte, etwas, das ihr tiefe Besorgnis hervorrief. Doch sie konnte nicht genau festmachen, was der Ursprung oder die Natur der Bedrohung war. Also rief sie die besten Speer des Waldes zu sich und sandte sie auf eine Mission außerhalb der Grenzen Athelorenz. Viele Speer kamen nicht zurück und jene, die Bericht erstatteten, hatten die Bestie nicht selbst gesehen, sondern erzählten nur von der Spur, die sie zurückließ. Sie erzählten von ganzen Regionen, die vergangen und verrottet sind, widerlich mutierte Tiere mit Fangzähnen und Tentakeln, junge Geister korrumpiert und böse und Menschen, die in der bloßen Gegenwart der Kreatur den Verstand verloren. Ariel gab dieser Kreatur den Namen, Sianather, der Verderber. Die Zwerge, so wissen wir, nennen ihn Kordum, die Schattengabe. Doch unter seinesgleichen heißt er Morgur, Herr der Schädel. Ein Tiermensch, der zu der Verkörperung des reinen, ungeteilten Chaos wurde. Ein zehrender Vortex der Korruption und die Inkarnation der verdrehten Kräfte des Warp. Ariel wusste, dass sie etwas unternehmen musste, bevor diese Kreatur den Wald erreichte. Also ging sie ein großes Risiko ein und reiste in Geisterform durch den Wald bis über seine Grenzen hinaus. Durch die Gegenden, in die kein Elf sich jemals wagen würde, bis sie nach vielen Wochen die Bestie und seine Kriegsherde nördlich des Waldes vorfand. Die Königin war angewidert von der verdrehten Gestalt, die sie erblickte und zögerte nicht, eine reinigende Welle magischen Feuers über ihre Feinde zu ergießen. Sie sah die verbrannten Überreste der Tiermenschen und begab sich zufrieden zurück in ihre fleischliche Form im Herz des Waldes, in der vollen Überzeugung die Gefahr gebannt zu haben. Doch Morgur war nicht irgendein verdorbener Schamane. Er ist ein antikes Übel, ein Champion des Warp. Und noch während Ariels Geist ihm den Rücken zuwand, begann die verkohlten Überreste zu pulsieren und Morgur wieder zusammenzusetzen. An diesem Tag hatte Ariel nicht nur dabei versagt, Morgur zu vernichten. Sie hatte sich selbst und ihren Wald ebenfalls zum Ziel der Bestie gemacht. Denn auch wenn Morgurs Geist zu verdreht und andersweltlich ist, um Konzepte wie Rache zu entwickeln, so hatte er Ariel erblickt und ihr Wesen erkannt. Er hatte die reine magische Macht gesehen, die sie hält und begehrte diese Magie zu korrumpieren und für sich selbst zu beanspruchen. Langsam, über Tage und Wochen regenerierte sich das Biest und machte sich schließlich auf den Weg gen Süden. Nördlich und westlich von Athel Loren existieren seit jeher fruchtbare Landschaften und traumhafte Küsten. Die Asrei haben dieses Land jedoch nie besiedelt und die Asur waren schon lange fort. Damit war es nur eine Frage der Zeit, bis ein anderes Volk auf die Ländereien aufmerksam werden sollte. Aus dem Osten kamen Karawanen von Menschen über das graue Gebirge und begannen sofort, sich mit vielen der wandernden Grünhautstämme zu bekriegen, um sich Siedlungsplätze zu sichern. Anfangs ignorierten die Elfen diese Auseinandersetzung. Denn was außerhalb ihres Waldes geschah, war von wenig Relevanz für sie. Doch sowohl die Menschen als auch die Grünhäute eskalierten die Kämpfe immer weiter, bis sie den Grenzen Athel Lorenz gefährlich nahe kamen. Diese Provokation konnte Orion sich nicht gefallen lassen. Er sammelte seine besten Krieger und zog hinaus, um den barbarischen Eindringlingen Herr zu werden. Mit Speer und Pfeil fielen die verdutzten Kontrahenten, als plötzlich ein dritter Kampfteilnehmer aus den Weltern hervorbrach. Wie ein Albtraum fällten die Azrei hunderte der überraschten Orks und Menschen, die nicht schnell genug rennen konnten, um den tödlichen Pfeilen zu entrinnen. Bald schon sprach sich herum, dass die Wälder des Waldes zornig waren und die Menschen hielten sich weitestgehend fern. Sogar unter den Orks kursierten Legenden um den Zorn der Bäume. Doch einige Warbosse führten ihre Kriegstrupps gerade deswegen an die Grenzen, um sich zu beweisen. Für diese Überheblichkeit ließ Orion sie teuer bezahlen. Der Sommer war die Hochzeit der Kriegsführung und gleichzeitig auch die Zeit, in der Orion und der Wald am mächtigsten waren. Mit jedem vergangenen Sommer hielten sich Menschen und Orks weiter von Athel Loren fern. Doch es nützte nichts. Orion hatte Blut geleckt. Die Wilde Jagd war geboren. Auch wenn viele Azrei versuchten, sich einzureden, dass die Wilde Jagd dem Schutz des Waldes und nur seinem Schutz diente, brauchte es nur einen Blick in die Augen von Orion und seinen wilden Gefährten, um zu verstehen, warum sie wirklich hinauszogen. Die Blutlust hatte sie gepackt und jeden Sommer spielten sie mit dem Leben der Menschen und Orks zu ihrer eigenen Belustigung. Das Töten der anderen Rassen war zum Sport geworden. Doch Orions Versessenheit sollte schwere Konsequenzen tragen. Der Sommer war nämlich auch die Zeit, in der Athel Loren am Höhepunkt seiner Macht war. Und der alte Wald war noch nie vollkommen in der Realität verankert. Der Steier des Warp war immer dünn im großen Elfenwald. Doch im Hochsommer hingen Warp-Energien in der Luft wie Morgennebel. Und diese Konzentration von chaotischer Energie lockte Jahr um Jahr mehr Tiermenschen an. Die wilden Biester konnten sich im Wald frei bewegen. Anders als beispielsweise Menschen oder Orks schienen die übernatürlichen Abwehrmaßnahmen sie nicht zu berühren. Traditionell war es die Aufgabe von Orion und seinen Kriegern, den Wald zu säubern und die Population der Bestien unter Kontrolle zu halten. Doch die wilde Jagd zog jedes Jahr weiter hinaus und ließ den Wald somit immer wieder verwundbar. Und immer länger verwundbar. Die Verteidiger im Wald taten sich zwar Jahr um Jahr schwerer, die Tiermenschen abzuhalten, doch ihre Arroganz verhinderte, dass sie sich gegenüber der wilden Jagd schwächer eingestanden. Und somit trugen auch sie zu den kommenden Ereignissen bei. Denn als die Elfen schließlich ihr Problem erkannten, starrte es ihnen mit dreckigen gelben Augen ins Gesicht. Morgur war zurückgekehrt. Fast 200 Jahre hatte der Avatar des Chaos gebraucht, um seine Macht zu sammeln und seine Kriegshelde zusammenzustellen. Doch nun war er stärker als zuvor und kommandierte die größte Tiermenschenarmee seiner Zeit. Doch schlimmer noch, nicht nur die Tiermenschen beugten sich Morgurs Befehlen. Durch ihre Nähe zum Warp konnte er auch Teile des Waldes beeinflussen und viele der Driaden und Waldgeister wurden von ihm korrumpiert und auf seine Seite gezogen. Der Kampf um Arthel Loren entbrannte und Ariel wurde zum ersten Mal Morgurs wahre Macht bewusst. Jeder seiner Schritte verdarb den Wald um ihn herum. Sein Blut korrumpierte jedes Lebewesen auf ewig und seine Wunden schienen nie von Dauer. Egal wie sehr die Pfeile und Speere Morgur auch verwundeten, er war nicht aufzuhalten und alles was die Waldelfen erreichten, war Gefahr zu laufen von seinem Blut verdorben zu werden. Der Krieg gegen die Tiermenschen verlief eigentlich gut für die Azrai. Die wilden Attacken der Gors und Ungors trafen auf disziplinierte Reihen von Speeren und Bogenschützen in den Walddächern. Doch wenn sie Morgur selbst nicht töteten, spielt das keine Rolle. Er verdarb nicht nur den Wald, sondern war auch ein Leuchtfeuer für andere Schamanen der Tiermenschen, die ihre Stämme nach Arthel Loren führten, um in der Nähe ihres Propheten zu kämpfen. So setzte Ariel alles auf eine Karte. Eine letzte große Konfrontation mit dem Biest. Die folgende Schlacht sollte als die Schlacht der Qual in die Geschichte eingehen. Die Waldelfen konfrontierten die Kräfte der Tiermenschen in einem Hinterhalt und beschäftigten sie lange. Aus der Flanke brachen daraufhin Baummenschen unter der Führung von Koedil, einem der Ältesten seiner Art hervor, und schlugen eine Schneise in das Herz der Herde, bis hin zu Morgur selbst. Koedil packte den Schamanen und Ariel entfesselte all ihre magische Macht und alles, was sie an Energie aus dem Wald ziehen konnte gegen den Tiermenschen. Koedil gab sein Leben, da er ebenfalls Ariels Zauber ausgesetzt war. Doch es gelang der Elfenhexe, den Tiermenschen bis auf das letzte Atom auszubrennen. Geschockt von der Macht des Zaubers und dem offenbaren Tod ihres Propheten flohen die Tiermenschen aus Arthel Loren und die Azrai feierten ihren Sieg. Doch Ariel hatte die Wahrheit gesehen. Morgur war ein unsterblicher Avatar des ungeteilten Chaos. So wie sie ein unsterblicher Avatar Ishas war. Er würde wiedergeboren werden. Das war nur eine Frage der Zeit. Und auch der Ort, an dem Morgur starb, sollte auf ewig verdorben bleiben. Eine dunkle Erinnerung an das, was war. Und ein düsteres Versprechen für das, was kommen sollte. Nach dem Tod Morgurs erlaubten sich die Azrai jedoch eine Zeit des Friedens. Auch Orion schränkte seine wilden Jagden wieder auf das Gebiet unmittelbar um den Wald herum ein. Und die Waldelfen genossen eine Hochzeit. Fast 500 Jahre dauerte diese Zeit. Und auch wenn die ein oder andere Schlacht mit orkischen Bossen oder einem ambitionierten zwergischen Thain den Frieden trübte, So waren die Bedrohungen gering und endeten in deutlichen Siegen für die Elfen. Ariel jedoch war die Einzige, die diesen Frieden nicht teilte. Zwar führte sie ihr Volk mit Weisheit und Güte, doch der noch immer befleckte Wald schmälerte ihre Macht. Und sie hatte sich auch nach so langer Zeit nicht von der Konfrontation mit Morgur vollkommen erholt. Als erste Speer im Jahr 1116 des imperialen Kalenders, also Kunde von seiner Wiedergeburt brachten, waren Sorge und Angst in Ariel groß. Morgur schien dazugelern zu haben und steuerte nicht den Wald selbst an. Stattdessen marschierte er seine neue Kriegsherde ins Gebirge, zu einem Berg namens Silberspitze. Die Silberspitze ist ein Ort großer magischer Macht und die Quelle, die den Großteil des Waldes speist. Ariel wusste, dass sie handeln musste, wagte es jedoch nicht, der Bestie in ihrem geschwächten Zustand gegenüber zu treten. Orion allerdings brannte auf einen Kampf und sammelte sofort seine Jagd, um zu verhindern, dass Morgur die Quelle verdarb. Die wilde Jagd ritt beseelt von Kampfes Lust aus und vernichtete alles auf ihrem Weg. Menschendörfer, Org-Siedlungen, sie alle waren nichts als Kollateralschaden für die Krieger der Azrei auf dem Weg zur Silberspitze. Mit ihren schnellen Hirschen und flinken Füßen erreichten die Waldelfen den Berg zuerst und nutzten ihre erhöhte Position, um tot auf die Tiermenschen herabregnen zu lassen, die sich die engen Pfade hochmühten. Jede andere Armee hätte sich zurückgezogen, doch die blinde Wut der Tiermenschen ließ sie Welle um Welle gegen den Berg anstürmen und jedes Mal wuchs der Haufen der Toten, bis die Leichen ihrer Brüder eine Mauer formten und den Weg zum Hügel noch beschwerlicher machten. Orion vernichtete die Herde an diesem Tag und ritt Morgur persönlich nieder. Er riss die Bestie mit bloßen Händen auseinander und verbrannte die Überreste in einem heiligen Scheiterhaufen aus Sternenholz. Doch auch dieses Mal sollte Morgurs Tod nicht von Dauer sein. Hundert Jahre vergingen und der Avatar erhob sich erneut. Arielle hatte in der Zwischenzeit viele Nachforschungen angestellt und ging davon aus, dass Morgur und sie den Krieg der Götter, der zwischen den Ruinösen Vier und den Elfengöttern besteht, auf der Erde austragen. Deswegen konnte Morgur auch gleichzeitig geistlos und zielgerichtet agieren. Er war nichts als ein Gefäß für den Willen der Götter, so wie sie ein Gefäß für den Willen Isshas war. Mit jeder Inkarnation wurde Morgur stärker und ihre Macht nahm mit jeder Konfrontation ab. Sollte dieser Tanz wirklich auf ewig dauern, würde sie irgendwann unterlegen. Und was das über den Krieg der Götter mit den Ruinösen Vier aussagte, mochte sie sich nicht vorstellen. Als Morgur wieder auftauchte, war es tiefster Winter. Orion schlief längst in der Eiche der Zeitalter. Und das war dieses Mal wahrscheinlich zum Besten der Waldelfen. Denn hätte er sich offen gegen diese Streitmacht gestellt, hätte er mit Sicherheit verloren. Eine andere Herangehensweise war notwendig. Vielleicht konnten die barbarischen Menschen ihnen helfen. Sie waren seit den Tagen des letzten Auftauchens stark gewachsen und hatten sogar eine Zivilisation aufgebaut. Orion hätte dieser Allianz niemals zugestimmt. Doch unter Ariels Führung wurde Kontakt hergestellt. Und mit Hilfe der Bretonen konnte die Silberspitze einmal mehr verteidigt werden. Direkt nach der Schlacht verschwanden die Waldelfen wieder zurück in ihren Wald. Und beendeten einmal mehr jeden Kontakt mit den Menschen. Nach dem Sieg über Morgur auf der Silberspitze versuchten die Waldelfen, sich einmal mehr in den Wald zurückzuziehen und den Schleier des Vergessens über ihre Existenz fallen zu lassen. Doch die Bretonen waren nicht länger die primitive Stammeskultur der alten Tage. Lieder und Heldensagen hatten längst begonnen die Trinkhallen zu füllen und ein reger Austausch durch Handel sorgte dafür, dass die Geschichten ihrer geheimnisvollen Retter sich wie ein Lauffeuer durch die bretonischen Lande brannte. Abenteurer reisten nach Athelorin in Begleitung mutiger Barten, auf der Suche nach den mystischen Kreaturen und neuen Liedern. Und auch wenn diese Unternehmungen mal um mal ein blutiges Ende fanden, hielt das die Bretonen nicht davon ab, einen offiziellen Botschafter in die düsteren Wälder zu senden. Orion war längst wieder erwacht und äußerst erbost über die andauernde Ruhestörung und die penetrante Neugier ihrer Nachbarn. Hitzköpfig wie eh und je war er drauf und dran, seine Reiter zu rufen, um auch diese Eindringlinge eines Besseren zu belehren. In seinen Augen musste er nur genug dieser dummdreisten Barbaren abschlachten, bevor sie endlich wieder lernten, den Wald in Frieden zu lassen. Ariel war jedoch besonnener. Sie hatte erlebt, welch Schrecken Morgur angerichtet hatte und noch viel mehr wusste sie, dass es unmöglich war, diesen Avatar der Vernichtung endgültig zu bannen. Die Waldelfen wurden mehr als einmal von ihm an den Rand der Vernichtung gebracht. Sie war sich nicht sicher, ob der dunkle Tiermensch nicht beim nächsten Mal Erfolg haben würde. Doch Ariel sah eine Chance in den Menschen. Silberspitze war ein Symbol, nicht nur für die Bretonen, sondern auch für Morgur. Ein heiliger Platz und der Ort seiner vernichtenden Niederlage. Der Königin war bewusst, dass es den Verderber wieder dorthin ziehen würde. Irgendwas in seinem verdammten Geist verlangte danach, den heiligen Ort zu verunreinigen und seine Niederlage zu rächen. Doch noch mehr als das spürten sowohl Orion wie auch Ariel eine Präsenz auf der Silberspitze. Die Bretonen beteten es als eine Manifestation der Herren des Sees an. Doch Ariel erkannte sie als etwas, das ihr selbst durchaus ähnelte. Sie nannte sich Corrigan, die Tochter des Nebels. Die beiden mächtigen Magierinnen schlossen einen vorsichtigen Pakt gegen die Dunkelheit und planten, die Menschen als ihren Schild vor Morgur zu instrumentalisieren. Daher hielt Ariel ihren Gemahl davon ab, die menschlichen Botschafter abzuschlachten. Doch Frieden war auch nicht ihr Ziel. Ariel zähmte Orions Blutlust gerade so weit, dass niemals ein offener Krieg ausbrach, ließ ihm aber immer wieder genug Freiheit, sodass die Bretonen die Wälder und ihre Wächter fürchteten. Aber so effektiv Angst auch den einfachen Mann abhält, so wenig behindert sie den Kriegsherren, dessen eigenes Leben nicht auf dem Spiel steht. Somit gab es stets genug dreiste Nobelmänner, die den Wald auf der Suche nach Ruhm, Rohstoffen oder Ländereien mit den Leichen ihrer Männer pflasterten und Orion bei Laune hielten. Mit den Menschen kamen jedoch auch immer mehr Neuigkeiten der Außenwelt, vor der sich die Azrei so lange versteckt gehalten hatten. Zwar zeigten sie wenig Interesse an den Kriegen der unterlegenen Menschenrassen, doch Kunde des Kriegs zwischen Ulthuan und Nagaroth war anders. Viele der Waldelfen schüttelten den Kopf auf eines so kleinlichen Konfliktes zwischen Brüdern, während andere den Verlust so vieler Elfen mit Trauer betrachteten. Eine unter ihnen litt mehr als alle anderen, Alisara, Ariels Schwester und ehemals Ehefrau von Malekith, dem Verräter. Alisara war eine friedliche und empathische Seele, der die Taten ihres vergangenen Gemahls großen Schmerz bereiteten. Sie suchte viel der Schuld bei sich selbst und machte sich Vorwürfe, dass jemand, dem sie einst so nahe stand, zu solchen Gräueltaten fähig war. Mit Leid im Herzen und Kummer in den Augen trat sie vor ihre Schwester und bat um eine sichere Überfahrt nach Nagaroth, auf das sie Malekiths Herz heilen und seinen luthernden Hass kühlen könne. Ariel war nicht so naiv zu glauben, dass etwas anderes als der Tod auf ihre geliebte Schwester wartete und verweigerte die Bitte für Monate. Doch schlussendlich war Alisaras Flehen so herzzerreißend und ihre Absicht so aufrichtig, dass die Königin nachgab. Alisaras Kommen wurde in einer Botschaft nach Nagaroth angekündigt und ihre Eskorte war königlich. Als Malekith die Nachricht ihres Kommens erhielt, reagierte er mit uncharakteristischer Unsicherheit. Der Hexenkönig hielt die Kunde vor seinem Volk geheim, sodass niemand Alisaras Kommen gegen ihn missbrauchen konnte. Doch eine einzige Person erfuhr von der Reise. Morathi, Malekiths Mutter. Morathi fühlte sich und ihren Plan von der Azrai-Prinzessin bedroht, wusste jedoch ebenfalls, dass sie sich in diesem Fall nicht offen gegen ihren Sohn wenden konnte, ohne ihren Einfluss über ihn für immer zu verlieren. Also musste sie deutlich subtiler vorgehen und der Plan, den die Königin der Druki ausarbeitete, war kurzum brillant. Hinterhältig, manipulativ und grauenvoll, ja, aber brillant. Morathi verhüllte ihre Identität und tarnte sich als eine Hochelfin, wie sie es schon dutzende Male vorher getan hatte. Auf diese Weise gelang es ihr, einem adeligen Admiral namens Valedor und seinen Männern nahezukommen und sie mit mächtigen Illusionszaubern zu belegen. Sie flüsterte ihnen ein, die Waldelfen wären Druki-Korsaren, gekommen, um ihr Volk zu versklaven. Als Antwort mobilisierte Valedor einen beträchtlichen Teil der illyrischen Navy und attackierte Alisaras Konvoi. Alisara erkannte schnell, dass die Azur von blendender Magie fehlgeleitet waren und begann mit einem eigenen Gegenzauber, während ihre Truppen tapfer kämpften. Und obwohl die Azrai erbitterten Widerstand leisteten, schafften es Valedor und seine Leibwache schließlich auf das Schiff der Waldelfenprinzessin, die noch immer tief in einer magischen Trance versunken war, um die unfassbar mächtigen Fäden Morathis Kontrolle aufzulösen. Valedor Soldaten metzelten die Leibwache Alisaras unerbittlich nieder und als sie mit den letzten Worten des Gegenzauers auf den Lippen die Augen öffnete, stand der Admiral mit erhobenem Schwert über ihr. Als der kalte Stahl das Herz durchbohrte, hauchte Alisara die letzte Silbe und gleichzeitig ihr Leben aus. Der Bann war gebrochen und ihr Leben war verwirkt. Die Waldelfen waren abgeschlachtet und Alisaras himmlische Gestalt von Blut übergossen. Ergriffen von Schuldgefühlen, stürzte Valedor sich in voller Rüstung ins Meer und ertränkte sich. Morathis Plan war perfekt aufgegangen. Der Angriff hatte die Hochelfen einen talentierten General gekostet, den Zorn der Waldelfen auf Ulthuan gelenkt und den Hass ihres Sohnes gegen die Azur noch weiter geschürt. In Atheloren wich der Sommer schon bald der Winterkälte und die Winterhunderte waren eisig, erfüllt von der bitteren Trauer ihrer Königin. Ariel zog sich tief in den Hain der Könige zurück und ihre bitteren Tränen regneten als Schnee und Hagel auf den Wald herab. Und doch findet auch der kälteste Winter irgendwann sein Ende. Allerdings nicht immer durch die warme Zuneigung des Frühlings. Dieser Winter schmolz unter der heißen Wut seiner Königin. Die Zeit der Rache war gekommen. Ariel tauchte tief in die Magie des Waldes, in die dunkelsten Geheimnisse der Akan-Kunst und unter ihrem Kommando streckte Atheloren seine Wurzeln tief und weit durch die Welt. Während seine Gemahlin die Täuschung und Versteigerung zu durchdringen versuchte, die Morathi hinterlassen hatte, nutzte Orion die Weltwurzeln, um seine Krieger nach Illyrian zu bringen, die Heimat Valedors. Die Azur waren vollkommen überfordert mit Orion's Komm. Valedors Tat wurde aus Scham weitestgehend unter Verschluss gehalten und Körnos ist in Illyrian ein hochgeschätzter Gott des elfischen Pantheons. Als also Körners Avatar an der Spitze von hunderten Kriegsreitern aus den Wäldern hervorbrach, wusste niemand vor Ort wirklich, was zu tun war. Und bevor sich die Bevölkerung und der Adel von dem Schock erholen konnten, war es auch schon zu spät. Orion's wilde Jagd machte ihrem Namen alle Ehre und verwandelte die sonst so kalkulierten Hochelfen in verängstigte Hasen, die von den Pfeilen der Azrai erlegt wurden. Die einzige Rettung der Illyrianer kam in Form von Ariel, der es durch dunkle Magie gelungen war, die Verzauberung und Verschleierung Morathis zu durchbrechen und die Drukki-Materialchen als wahre Schuldige zu entlarven. Durch die Weltwurzeln war auch der abgelegene Turm Grond, in dem Morathi hauste, nicht außerhalb der Reichweite des Azrai-Zorns. Und Orion sowie Ariel stürmten kurz darauf an der Spitze einer gewaltigen wilden Waldelfenarmee aus den Kiefernwäldern des kalten Nagaroth. Der große Hexenturm war wohl geschützt gegen Angriffe aus den nördlichen Chaoswüsten. Auch eine Attacke aus dem Süden aus der Richtung des Herzlands des Drukki-Reiches war unerwartet. So forderten die magischen Barrieren und zahllosen Bestien Morathis zwar einen hohen Preis unter den Azrai, doch die mächtigen Fäuste der Enz durchbrachen schon bald die Mauern. Morathi schickte panisch ein Hilfegesuch nach Nagarond. Doch Malekith war kein Idiot. Er erkannte die Heimtücke seiner Mutter und konnte das Kommen der Azrai recht schnell mit dem Tod seiner Ehefrau in Verbindung setzen. Zwar sollte Malekith ihr später öffentlich verzeihen, doch seine wahren Gefühle zeigten sich, als er mit Nachdruck befahl, dass kein einziger Drukki auf das Hilfegesuch seiner Mutter antworten dürfe. Die Zauberinnen des Turms wurden von den Azrai brutal abgeschlachtet und Ariel und Orion standen schon bald vor Morathi. Die große Matriarchin war geschlagen und fürchtete um ihr Leben. So in die Enge getrieben warf sich die doch so stolze Dunkelelfin auf die Knie und bettelte. Orion war unbeeindruckt und hob seinen Speer, wurde jedoch von seiner Gemahlin zurückgehalten. Es war nicht Mitgefühl, dass Ariels Handlung trieb, sondern die wachsende Dunkelheit in ihrem Herzen. Morathi erkannte, dass sich Ariel verändert hatte und sah ihre Chance. Sie versprach Geheimnisse zu teilen, wenn Ariel doch nur versprechen könne, ihr Leben zu verschonen. Orion protestierte, nachdrücklich, doch Ariel willigte ein. Immerhin hatte sie Morathis mächtige Akane-Täuschung mit eigenen Augen gesehen und wäre sie nicht selbst in diese Dunkelheit abgetaucht, hätte sie die wahre Schuldige wahrscheinlich niemals gefunden. Orions und Ariels Streit über die Gnade zog sich über das komplette Jahr. Arthaloren versank in Kälte und Dunkelheit, während seine Herrsche die Heine zu ihren persönlichen Schlachtfeldern ihren Wortgefechten machten. Der Winter kam früh und Orion zog sich zurück, wie es Brauch war. Doch als der Frühling erblühte, geschah das und denkbar da. Orion wurde nicht wiedergeboren und Ariels Dunkelheit war so allumfassend, dass ihre eigene Leibwache sich vor der Königin fürchtete. Hallo und willkommen zurück, meine lieben Wissensuchenden. Als wir die Geschichte der Waldelfen das letzte Mal betrachteten, hatte der Streit Orions und Ariels dazu geführt, dass der Herr der Wilden Jagd nicht wiedergeboren wurde. Wieder und wieder kamen die wilden Reiter zum Herzen des Waldes, um ihren Anführer in Empfang zu nehmen. Und mal um mal wurden sie von Ariel harsch zurückgewiesen. Ariel wurde immer zurückgezogener, immer kälter, immer eigener und unter den Lords der Waldelfen wurden immer mehr Gerüchte bereit, die Königin selbst verhindere Orions Wiederkehr. Ariels verbitterter Geist breitete sich langsam wie eine Krankheit in Athaloren aus. Die Geister des Waldes wandelten sich von standhaften Beschützern zu blutrünstigen Raubtieren. Was einst das Heiligtum der Azrei gewesen war, wurde immer mehr zu einem kalten und unnachgiebigen Schlachtfeld. Hier ist es wichtig, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass die Waldelfen selbst nicht mehr wirklich Wesen dieser Welt sind. Ihre Seelen sind untrennbar mit Athaloren verbunden. Somit hatte Ariels Verfall nicht nur Einfluss auf die Waldgeister, sondern auch auf den Verstand der Waldelfen. Sie verloren immer mehr den Bezug zur Realität. Kaum einer konnte sich mehr an eine Zeit vor dem Verfall erinnern. Kaum einer konnte die Veränderung ihrer Königin wahrnehmen. Und wenn niemand das Problem erkennt, wie kann man jemals auf Besserung hoffen? Ariel nutzte ihren Einfluss auf die Azrei, um eine blutige Kampagne der Rache zu führen. Grünhautstämme, die den Wald heimgesucht hatten, wurden nachts überfallen und komplett ausradiert. Bretonische Adelige, die ihr Lehen zu nah am Wald ausgebreitet hatten, fanden ihre Familien mit Pfeilen in den Herzen wieder. Sogar Zwerge, die irgendwann einmal einen Baum Athalorenz gefällt hatten, wurden auf ihren Handelsrouten überfallen und als blutige Exempel an den Straßen stationiert. All diese Attacken wurden von Ariel mit dunkler, lange verbotener Magie unterstützt. Aus der warmen Mutter des Frühlings war eine rachsüchtige Eiskönigin geworden. Doch in all ihrer Rage unterschätzte Ariel die Stärke ihres Bundes zum Wald Athaloren. Während sie verderbte Magie benutzte, wandte sich die Kraft nicht nur gegen ihre Feinde, sondern sie fütterte und unterwanderte auch ihre Heimat. Und tief, tief im Wald regte sich etwas. Gespeist von Ariels eigener dunkler Magie, erhob sich Morgur, Ariels größter Feind, gespeist und wiederbelebt durch ihren eigenen Verfall und ihre eigene Wut. Die Königin der Azrai war allerdings bereits zu weit ihrem Wahnsinn verfallen, um die Situation angemessen zu reflektieren. Anstatt Morgurs Rückkehr als die klare Warnung zu betrachten, die es war, schwor sie die Beste mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und den auserwählten Tiermenschen endgültig zu vernichten. Und zwar indem sie seine Macht in sich selbst aufnahm. Sie kommandierte die Truppen der Waldelfen in einen suizidalen Kampf mit Morgurs Kriegsherde, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. Im Wald der Schatten stellten sich die Azrai den Tiermenschen und ein blutiger Konflikt entbrannte. Wie Ariel vermutete, zeigte sich Morgur selbst auf dem Schlachtfeld und begann, ihre Untertanen gnadenlos niederzumachen. Keine weltliche Waffe konnte ihm etwas anhaben und Dutzende Elfen starben einen grausamen Tod. Ariel erkaufte sich mit den Verlusten jedoch Zeit. Zeit, die sie und ihre Zaubersänger benötigten, um Morgur mit dunkler Magie von seinen Truppen zu isolieren und schlussendlich zu fesseln. Während ihre Krieger den verzweifelten Kampf gegen die Tiermenschen weiter fochten, brachte Ariel ihren Nemesis zurück in ihren einst heiligen Hain. Das dunkle Ritual wurde umgehend begonnen. Tief in Artheloren gab es jedoch auch eine Kreatur, die sich Ariels Einfluss entziehen konnte. Ein uraltes Wesen, zu mächtig, um der Verderbnis zu erliegen. Durtu, Ältester der antiken Waldgeister, erschien, um das Ritual zu unterbrechen. Entsetzt über die grausige Entweihung des heiligen Ortes, tötete er Morgur mit einem gewaltigen Hieb seines Schwertes. Zwar konnte der Verderber so irgendwann zurückkehren, doch rettete der Baummensch nicht nur Ariel, sondern ganz Artheloren. Ariel war außer sich vor Zorn und warf dem Ältesten wilde Beleidigungen und Drohungen entgegen. Durtu ließ sich nicht beeindrucken. Immerhin wussten beide, dass ein Konflikt zwischen ihnen nur auf eine einzige Art enden konnte. Trotz allem war der Kern des Problems noch immer beständig. Ariels Wahn endete nicht mit Durtu's Eingreifen, die brutalen Angriffe auf die Außenwelt ließen nicht nach und Artheloren welkte weiter dahin. Die Verderbnis lag so tief, dass sogar die Asur von Ulthuan einen Botschafter sandten, um mit Ariel zu verhandeln. Doch auch dieses Vorhaben endete nur in Tod und Verderbnis. Im Herzen des einst grünen Waldes gab es nur noch wenige, die Ariels Einfluss entfliehen konnten. Die wenigen Waldgeister, die ihren Verstand bewahrten, versammelten sich im Schutz der ältesten Baummenschen. Durtu, Adanhu und Kohedil. Es wurde beschlossen, einen letzten Appell an Ariels verschwindenden Verstand zu richten. Eine letzte Geste des guten Willens, ein letzter Versuch, die Zukunft der Elfen zu schützen. Denn sollte es zum Krieg kommen, würden die Elfen entweder siegen und von Ariel in Untergang geführt oder beim Versuch, die verrückte Königin zu schützen, sterben. Es wurde entschieden, eine kleine Gruppe in Ariels Heiligtum zu schicken. Ein Zeichen dafür, dass man Blutvergießen vermeiden wolle. Angeführt wurde die Gruppe von Adanhu, dem ältesten und weisesten von allen. Niemand würde sein Wort anzweifeln, sicherlich nicht einmal Ariel, egal wie weit ihr Verstand verloren war. Denn auch Ariels über 1000 Jahre auf dieser Welt waren nichts im Vergleich zu Adanhus antiker Existenz. Doch, zu allerlei Überraschung, war Ariels Verderbtheit wirklich viel zu weit fortgeschritten. Sie sah keine Versammlung besorgter Freunde, sie sah Ursupatoren und Verräter. Noch bevor Adanhu seine Intentionen wirklich erklären konnte, hatte die verrückte Königin bereits ihre Leib gerade herbeigerufen und einen Kampf provoziert. Adanhu und seine kleine Gruppe hatten keine Chance. Hoffnungslos in der Unterzahl und in der Höhle des Löwen versuchte der Baumälteste ein letztes verzweifeltes Manöver. Er stieß zu Ariel selbst vor, packte sie und begann uralte Riten zu vollziehen. Die gefangene Königin schrie in Todesangst. Doch Adanhu krümmte ihr kein Haar. Im Gegenteil, der alte Triant nahm all den Hass, all den Frust und all den Wahn seiner verlorenen Verbündeten in sich auf. Die Verderbnis des Waldes, die dunkle Magie in Ariels Venen, alles wurde in die Äste und Fasern Adanhus aufgesogen. Mit jeder verstrichenen Sekunde nahm Ariels Schrei ab. Der Wald gewann an Farbe zurück, aber Adanhu wurde morsch und welkte. Als sich der Staub langsam legte, hörten die Waldelfen auf zu kämpfen. Es war, als würden sie nach einem langen Schlaf erneut erwachen. Auch Ariel blickte verwirrt in ihren Hain, nicht sicher wo sie war oder was gerade geschehen sei. Langsam jedoch begriff sie, was sie angerichtet hatte. Die Jahrzehnte der Qual schossen zurück in ihren Verstand. Mit dieser Erkenntnis kamen Scham und Schuld. Unfähig sich ihrem Volk zu stellen, erhob sie Orion aus seinem langen Schlaf und versiegelte sich selbst in der Eiche der Zeitalter. Für viele Jahre waren die Azrei weitestgehend auf sich selbst gestellt. Orion erwachte zwar jedes Jahr erneut, doch war er nie ein Verwalter oder Staatsmann. Diese Aufgaben fielen nun in die Hände der Elfen selbst. Unter der Führung von großen Persönlichkeiten wie beispielsweise Nyeth, der Prophetin, öffnete sich Artheloren teilweise der Außenwelt. Beziehungen zu Bretonnia wurden wärmer und die Elfen hörten auf, zufällige Überschreitungen ihrer Grenzen mit Tod und Folter zu ahnden. Natürlich wurden diese Reformen von vielen hohen Lords und Ladies mit Argwohn betrachtet, doch der Wald selbst reagierte positiv auf diese Veränderungen. Die Wechselwirkung der Azrei und Arthelorenz sorgte dafür, dass ihre eigene Barmherzigkeit auch den Wald wärmer und freundlicher werden ließ. Natürlich vermissten sie ihre Königin, die Führung und das Wissen, das Ariel bereitstellen konnte, doch alles in allem war diese Zeit eine gute für die Azrei. Sie lernten auf eigenen Beinen zu stehen, sie lernten sich als Teil der Welt zu betrachten und erkundeten ihre symbiotische Beziehung mit dem Wald immer mehr. Orion und die Waldelfen erkannten, dass sie für die Sünden Ariels Buße tun mussten, um den Schaden am Gewebe des Waldes wieder zu reparieren. Ihre Seelen waren beschmutzt von den vergangenen Taten und nur wenn sie den angerichteten Schaden wieder gut machten, würden sie und der Wald Absolution und Heilung erfahren können. So kam es zum ersten Mal in der Geschichte der Azrei zu so etwas wie Außenpolitik. Natürlich waren sie noch immer abgesonderte Eremiten mit den diplomatischen Fähigkeiten eines Warbosses und somit war es Diplomatie in ihrem ganz eigenen Stil. Ihr Friedensangebot bestand darin, in Schlachten der Bretonen gegen Skaven oder Orks einfach aufzutauchen, damit allen anwesenden Kommandanten einen gewaltigen Schrecken einzujagen, dann die Skaven und Orks zu vernichten und sofort wieder zu verschwinden. Trotz der Unbeholfenheit dieses Vorgehens wurden die Bretonen recht schnell gewahr, was passierte und nach einigen Monaten baute sich ein vorsichtiges Vertrauensverhältnis auf. Teilweise hatten die Azrei so gutes Timing mit ihrer Unterstützung, dass einer ihrer Kommandanten sogar den Ritterschlag eines bretonischen Adeligen erhielt. Auch den Zwergen gegenüber wurde guter Wille gezeigt und auch wenn die Bärtigen die Hilfe Orions nur zögerlich, wenn überhaupt, annahmen, wurde kein Groll jemals vergessen. Und ich denke, alles andere wäre auch nicht zwergisch. Ariel selbst hatte an all den Versuchen, ihre Fehler zu begradigen, nicht teilgenommen. Statt für ihre Schuld selbst Buße zu tun, überließ sie diese Aufgabe ihrem Volk und zwei persönlich ausgewählten Vertreterinnen. Naestra und Arahan sind nicht nur Schwestern, sondern Zwillinge. In einer Gesellschaft wie den Elfen, bei denen Geburten sehr, sehr selten passieren, werden Zwillinge als ein besonderer Segen betrachtet. Belesene Zuhörer werden natürlich sofort den Bezug zu Tyrion und Teclis ziehen und das ist tatsächlich ein Vergleich, der über die oberflächliche, beides sind elfische Zwillingspaare, die Großes erreicht haben, hinausgeht. Denn ebenso wie der Krieger und der Gelehrte der Azur sind auch die beiden Schwestern der Azrei so unterschiedlich, wie sie nur sein könnten. Naestra ist eine ruhige und weise Strategin, selten auf der Suche nach einem Kampf, wohingegen Arahan mit sadistischer Freude durch ihre Feinde pflügt und dabei ihr schlohweißes Haar rot färbt. Arahan's Kampfstil kann es an Wildheit ohne Probleme mit den Slayern der Darvi aufnehmen. Sie nimmt keinerlei Rücksicht auf ihr eigenes Wohlbefinden und erscheint ihren Feinden meist als ein wirbelner Dervish aus kaltem Stahl. Der Grund, warum sie sich einen so selbstmörderischen Charakter leisten kann, liegt nicht etwa an ihrem gewaltigen Talent für den Kampf, was sie durchaus hat, sondern in ihrer magischen Verbindung zu Naestra. Solange die beiden Schwestern innerhalb der Grenzen Arthur Lawrence kämpfen, kann keine der beiden sterben, solange die andere noch am Leben ist. Arahan wurde einmal von einem Vampir enthauptet, nur um ihm Momente später in den Rücken zu fallen und seine eigenen Geweide auf dem Boden auszubreiten. Warum die Schwestern diesen Segen genießen, wissen wir nicht wirklich. Wir wissen nicht einmal, woher die beiden überhaupt kommen. Doch es gibt eine Legende und von dieser möchte ich euch erzählen. Die Legende beginnt vor vielen Jahren in Athel Loren, in einem kleinen Waldstück, das die Azrai Vidrioth nennen. Vidrioth heißt übersetzt so viel wie Kiefernklippen und liegt nahe dem grauen Gebirge. Dort wurde ein junges Mädchen geboren. Wir kennen den Namen des Mädchens nicht, doch aus Gründen, die recht bald offensichtlich werden, wird sie von den meisten Geschichtenerzählern Naestrachan genannt. Das Mädchen wanderte durch Athel Loren und stolperte irgendwann unversehens in die wilden Wälder Sithralds, den dunklen Teil des Athel Loren, den sogar die meisten Waldelfen meiden. Dort verschwand sie und ward nie mehr gesehen. Ihr unsterblicher Geist jedoch wurde von dem Geflecht des Lebens und des Todes aufgefangen, neu geformt und wiedergeboren. Einige sagen, es war das Schicksal selbst. Andere behaupten, die beiden Schwestern seien einfach die Töchter Ariels, der Königin des Waldes. Und wieder andere vermuten, sie seien das Beste und Schlechteste aus Ariels Seele. Abgeworfen, auf das Ariels extreme Gefühle sie nie mehr dominieren mögen. So oder so aus dem Sithral heraus kamen zwei Schwestern. Die eine hoffnungsvoll und sanft, wie der warme Sonnenaufgang, der die Nacht vertreibt. Die andere verdreht und gefährlich, wie der Sonnenuntergang, der seinen schwarzen Schleier über dem Licht ausbreitet. Die Azrei betrachten die Schwestern beinahe schon als Halbgöttinnen. Sie sprechen mit Ariels Autorität und vertreten die Königin im herrschenden Rat während ihrer Abwesenheit. Die übernatürliche Aura der Schwestern ist keine bloße Einbildung der Azrei. Ihre Berührung können Waffen mit der Macht des Waldes segnen. Naestras Segen bannt die Unordnung und alle Wesen, die Zerstörung suchen. Wohingegen Arahans Macht die noblen Seelen der Rechtschaffenden in die Knie zwingt. Doch egal, wie unterschiedlich die beiden Schwestern noch sein mögen, sie sind unzertrennlich. Egal, wie oft Naestra ihre Schwester für ihr Verhalten schältet. Egal, wie oft Arahan ihre Schwester vorsätzlich reizt. Nichts und niemand vermag sie zu zerstreiten. Auf dem Schlachtfeld führen beide Schwestern mächtige magische Bögen. Naestras Bogen ist die Klaue des Morgengrauens. Dieser Bogen feuert Pfeile aus purem Licht, die Rüstungen schmelzen und Fleisch verbrennen. Legenden zufolge brennt jeder Pfeil so hell, wie die Sünden, die sein Opfer gegen die Azrei begangen hat. Arahans Bogen ist die Klaue der Abenddämmerung. Er wurde aus dem Holz der dunkelsten und verdrehtesten Triaden geformt und verschießt Pfeile, die mit vielen giftigen Dornen gespickt sind. Einmal abgefeuert lösen sich die Dornen vom Pfeil und bohren sich in das Fleisch von Arahans Feinden. Und wenn diese magischen Waffen nicht genug sind, gebieten die Schwestern über zwei monströse Begleiter, die sie gemeinsam oder separat in die Schlacht reiten. Gwyndalor ist der größte Adler Arthur Lawrence, ein edles Tier, das seine Linie auf Talyn, den ersten der Riesenadler, zurückführen kann. Gwyndalor ist ein besonnener Vogel. Er verfügt über einen scharfen Geist und einen noblen Charakter. Die zweite Bestie ist sein genaues Gegenteil. Sathan Har, ein Walddrache, so wild wie die monströsesten Züchtungen des Hexenkönigs Malekith. Sathan Har genießt Blutvergießen, beinahe so sehr wie Arahan, und begleitet die Schwestern in den blutigen Nahkampf. Wichtig anzumerken ist, dass auch wenn beide Bestien eindeutig den Charakter jeweils einer Schwester teilen, es keinesfalls so ist, dass Naestra auf Gwyndalor und Arahan auf Sathan Har reitet. Sie beide teilen tiefe Bande der Verbundenheit mit beiden Tieren. Und besonders tödlich sind sie, wenn beide Schwestern auf demselben Reittier in die Schlacht getragen werden. Der Laurelorn Wald ist ein recht ausladendes Gebiet zwischen den imperialen Provinzen Nordland und Middenland. Wobei hier die Wortwahl extrem wichtig ist. Denn fragt ihr einen Eonir, so liegt der Wald zwischen den Provinzen. Fragt ihr den Imperator, so liegt der Wald auf den Gebieten der Kurfürstentümer. Und fragt ihr einen der beiden Kurfürsten selber, so liegt der Wald natürlich ganz eindeutig auf ihrem und nur ihrem Gebiet. Und auch wenn die Sichtweise jeder Partei nachvollziehbare und auch rechtliche Gründe hat, so haben die Eonir in der Praxis ihre Sicht der Dinge durchgesetzt. Denn ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Eonir darf keine imperiale Siedlung am Wald etabliert werden und kein Händler ihn durchreisen. Doch im Gegensatz zu den Azrai aus Athel Loren haben die Eonir diese Bedingungen diplomatisch vorgebracht und durchgesetzt. Denn im krassen Gegensatz zu ihren Brüdern im Herzen Bretonnias sind die Eonir durchaus bereit mit den Menschen zu kommunizieren. Und vor allem ist ihnen schon früh aufgegangen, dass sie natürlich ohne Probleme jeden Imperialen ermorden könnten, der ihren Wald betritt. Doch die Konsequenzen wären nicht nur ein Krieg mit den leicht reizbaren und sehr lernresistenten Kurfürsten des Imperiums, sondern vor allem stünden die Eonir dann vollkommen alleine gegen die Barbaren Norskars, die regelmäßig die Küsten überfallen. Also gab es Verhandlungen und schließlich sogar Verträge. Die Elfen erlauben dem Imperium eine begrenzte Anzahl an Siedlungen mit einer begrenzten Anzahl an Siedlern und einer streng begrenzten Erlaubnis, den Wald für Holz zu bewirtschaften. Im Gegenzug schützt das Imperium die Küsten des Waldes und respektiert hier die Eigenständigkeit der Elfen. Und als Außenstehender muss man einräumen, dass das außerordentlich freundliche Konditionen für die Elfen sind. Denn auch wenn die Eonir ihren Wald außerordentlich gut verteidigen können, so ist ihre Macht lange nicht vergleichbar mit den Azraiathel Lorenz und einen vereinten Schlag des Imperiums würden sie wahrscheinlich kaum überstehen. Natürlich ist dieser Umstand auch dem gierigen Adel der nördlichen Provinzen bewusst. Viele von ihnen gieren nach den Rohstoffen und dem Grundbesitz, den der Wald potenziell bietet. Doch sowohl Fürst Theoderic Gausser von Nordland als auch Fürst Boris Todbringer von Mittenland haben sich bisher gegen Neuverhandlungen oder militärische Schritte ausgesprochen. Eine politisch heikle Position, wegen der besonders Gausser schon häufig als Bückling der Elfen beschimpft wurde. Doch betrachtet man die Situation trocken, ist ihre Stellung absolut nachvollziehbar. Denn natürlich könnte das Imperium die Laurelorn-Elfen zerschlagen. Aber die Unterstützung von Karl Franz für diesen Explosionskrieg, also die des weiteren Imperiums, ist nicht garantiert. Und alleine wäre der Krieg gegen Laurelorn ein gewaltiges Unterfangen für die beiden Kurfürstentümer. In meinen Augen würden sie wahrscheinlich trotzdem den Sieg davontragen, doch wie so oft stellt sich hier die Frage, zu welchem Preis? Der Konflikt würde Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, tausende Opfer fordern und für die gesamte Zeit wären die Küsten der Krallensee nahezu ungeschützt. Das bedeutet, neben den beträchtlichen Kosten und Verlusten des Kriegs selbst, würden noskanische Barbaren einen weiteren beträchtlichen Tribut fordern. Doch wer den Imperialen Adelt kennt, wird auch wissen, dass er zu Eigensinnigkeit und Überheblichkeit neigt. So ist es kein Wunder, dass bereits mehrere illegale Siedlungen etabliert wurden. Umso verwunderlicher ist es aber, und vor allem untypischer, für die Waldelfen, dass die Eoni bisher nicht zur Gewalt gegriffen haben. Kurfürst Gaußer hat jedoch innerhalb der letzten Jahre einige ernste Botschaften der Waldelfen erhalten, die ihm strenge Ultimaten setzten. Natürlich ist ein strenges Ultimatum im langen Leben eines Waldelfen noch immer ausreichend Zeit für einen Menschen. Doch viele neutrale Parteien befürchten schon bald offenen Konflikt. Kurfürst Theoderic ist hierbei in einer bemitleidenswerten Zwickmühle. Laut den Verträgen sind die Eoni im vollen Recht, die Siedlung zu attackieren und die illegalen Anwohner zu vertreiben. Doch auf der anderen Seite handelt es sich hierbei um seine eigenen Untertanen. Und die öffentliche Blamage gegenüber einem Adel, der ihn sowieso schon als Elfenbückling diffamiert, könnte katastrophal sein. Nordlands Blaublüter suchen bereits seit Jahren nach triftigen Gründen für einen Machtwechsel. Und nach einem unbeantworteten elfischen Überfall auf imperiale Bürger könnten sie den Kurfürsten ohne größere Probleme als Verräter darstellen. In meinen Augen wird Imperator Karl Franz auf die ein oder andere Art einschreiten müssen. Denn ein Kuh im Nordland ist in niemandes Interesse. Die Adeligen vor Ort haben kein vereintes Banner, unter dem sie sich Fürst Gausser entgegenstellen. Und somit würde ein Sturz unweigerlich zu einem Machtvakuum und schlussendlich Bürgerkrieg führen. Den Aufmerksamen wird auch mittlerweile die Frage aufgekommen sein, warum ich jetzt so viel über die Beziehung der Eoni zum Imperium rede und so wenig über die Elfen und ihre Kultur selbst. Das hat zwei wichtige Gründe. Der erste ist, dass ich die Beziehung zwischen den Eoniern und Nordland einfach unglaublich interessant finde, da es sich so stark von den Azrai und den Bretonen unterscheidet. Und der zweite Grund ist, dass wir erschreckend wenig über die Eoni und ihre Kultur wissen. Die meisten Infos sind so alt, dass wir kaum feststellen können, ob sie jemals der Wahrheit entsprachen. Aber trotz allem werde ich mein Bestes tun, im Folgenden nun, die Dinge zusammenzutragen, die ich gefunden habe. Wie auch die Azrai von Athel Loren beginnt die Geschichte der Eoniern nach dem Krieg des Bartes und dem Befehl des Phönixkönigs, alle Kolonien aufzugeben. Diesem Befehl widersetzten sich viele Elfen und jene im Herzland der Alten Welt schlossen sich zusammen, um eine Siedlung im Wald Laurelorn zu etablieren. Laurelorn zeigt starke Ähnlichkeiten zu Athel Loren. Er ist gleichermaßen ein Ort starker Magie, geprägt von Fae-Wesen und einer beinah schon übernatürlichen Umwelt. Besonders Zeit scheint anders und unberechenbarer zu fließen in den Wäldern der Elfen. Allerdings gibt es auch zwei wichtige Unterschiede zwischen Laurelorn und Athel Loren. Der offensichtlichste ist die Größe. Laurelorn ist deutlich kleiner als sein Bruder in Bretonnia. Der zweite ist, dass Laurelorn deutlich friedlicher ist. Natürlich sind die Triaden und Waldgeister noch immer unfassbar gefährlich für Eindringlinge und ihr Lichter führen sogar geduldete Besucher auf eine Wanderung ohne Wiederkehr. Doch im Vergleich zu Athel Loren gibt es keine Orte der Verderbnis, keine dunklen Ecken, in denen die Waldgeister mit dämonischen Fratzen sogar über die Azrei herfallen. Ob das einfach der Größe und somit der Konzentration magischer Energien Athel Loren zu schulden ist, oder ob Laurelorn aus irgendeinem Grund wirklich reiner ist, ist unbekannt. Die nächsten Aufzeichnungen über die Äonie finden sich in den Archiven von Middenland beziehungsweise in den Archiven des alten Drackwalds, einem Kurfürstentum, das von Middenland übernommen wurde. Hier ist von mehreren Schlachten und einer furchtbaren Niederlage der Imperialen im Jahr 897 Imperialer Kalender die Rede. Aus dieser Zeit stammen auch die rechtlichen Ansprüche Middenlands auf Laurelorn. Der Wald war zu dieser Zeit eindeutig auf Drackwaldschem Territorium und als die Besitztümer Drackwalds von Middenland einverleibt wurden, gingen auch die Ansprüche auf Laurelorn in Middenländischen Besitz über. Natürlich sollte ich erwähnen, dass der Besitz Laurelorns schon zu Drackwaldschem Zeiten eher Wunschdenken als Realität war, wie die Niederlage ihrer Truppen eindrucksvoll beweisen sollte. Die nächste und wahrscheinlich wichtigste Erwähnung der Laurelorn-Elfen findet sich während den Skaven-Kriegen und man dreht Skaven schlecht das Kriegszug, um sein Imperium von dem Untergang zu retten. Da die Äonier erkannten, dass sie ohne Frage das nächste Ziel der Rattenmenschen sind, erlaubten sie Mandrets Truppen freie Passage durch ihren Wald. Und auch wenn Mandret einige hundert Soldaten verlor, die von ihren sicheren Wegen abwichen, so umging er nicht nur potenzielle Hinterhalte der Skaven, sondern legte die sonst mähtige Gereise von Karoburg nach Dietershafen in wenigen Stunden zurück und überraschte die Truppen der Skaven mit einem brachialen Flankenangriff. Es ist meine feste Überzeugung, dass der Vertrag zwischen Midland, Nordland und den Eonier kurz nach dem Skaven-Krieg geschlossen wurde. Zwar habe ich keine Beweise dafür, aber die Indizien sprechen in meinen Augen Bände. Denn zum einen haben wir keinen Hinweis auf diplomatische Verbindung zwischen den Fraktionen vor diesem Zwischenfall, eher das Gegenteil, und zum anderen würde die Dankbarkeit Mandrets eine gute Erklärung für die äußerst elfenfreundlichen Bedingungen des Abkommens abgeben. Wie gesagt, das ist ausschließlich meine Version der Geschehnisse. Euch steht es absolut frei, dem zu widersprechen. Die neuesten Entwicklungen zeigen sogar einige Schritte der Eonier sich stärker und um noch bessere Beziehungen mit dem Imperium als Ganzem zu bemühen. In den Bernsteinhügeln einige Meilen nördlich von Altdorf haben sie eine kleine Siedlung errichtet, von der aus sie regelmäßig Diplomaten an den Imperialen Hof schicken und natürlich die Entwicklung ihres benachbarten Menschenreichs von dort aus beobachten. Und in meinen Augen zeigt dieser Schritt ein Verständnis und vor allem ein Pragmatismus gegenüber der modernen Welt, die allen anderen Elfenpopulationen fehlt. Die Eonier sind sich bewusst, dass die Welt nicht mehr ihnen gehört. Sie wissen, dass mit der Spaltung ihrer Rasse, dem Erstarken des Chaos, der Niederlage gegen die Zwerge und vor allem dem Aufstieg der Menschen ein neues Zeitalter angebrochen ist. Doch anstatt sich wie die Hochelfen auf alte Tage zu stützen, sich wie die Azrai zu verstecken oder zwanghaft zu versuchen, eine verlorene Schlacht zu gewinnen wie die Druki, stellen sich die Eonier dieser neuen Welt und unternehmen Schritte, sich eine Nische selbst zu schaffen. Und die Achtung für diese flexible und zukunftsorientierte Weltansicht gebührt zu großen Teilen ihrer Königin, die uneingeschränkt über Laurelorn herrscht. Leider wissen wir über sie nicht mehr, als dass es sie gibt. Vor vielen Jahrhunderten gab es Aufzeichnungen über eine Königin namens Maryseth. Doch ob das der Wahrheit entspricht oder noch aktuell ist, wissen wir leider auch nicht. Selbst die wandernden Eonier sind sehr still, was die Kultur ihrer Heimat angeht. Aber alleine die Tatsache, dass es unter den Eonier Wanderer gibt, die ihren Wald dauerhaft verlassen, sagt schon viel über die kulturellen Unterschiede zu ihren Brüdern und Atheloran aus. Eonier verlassen ihren Wald aus den verschiedensten Gründen. Neugier, Wanderlust oder einfach, weil sie als Freigeist nicht in die traditionsorientierte Elfenkultur passen. Diese wandernden Eonier sind wohl die sichtbarsten Elfen für die meisten Menschen und die Meinung der Menschen über sie hängt meist davon ab, welcher Art von Wanderer sie zuletzt begegnet sind. Unter diesen umherziehenden Eonier gibt es jedoch auch noch eine ganz besondere Art, die Geistläufer. Sie sind Jäger des Chaos, umherziehende Krieger, die chaotische Diener und Kreaturen erlegen, wo auch immer sie sie finden. Diese Eonier-Excellenten reichen von eremitisch lebenden Waldläufern bis hin zu Söldnern, die bei jedem Unterfangen anheuern, das ihnen erlaubt, Barbaren oder Tiermenschen zu erschießen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,